Diese Ausstellung ist das bieträgliche Projekt der Arbeitsgruppe Schule und Ergazismus Schule mit Courage. Wir hoffen mit dieser Ausstellung insbesondere anderen Schülerinnen und Schülern die Strukturen des Rechtsradikalismus aufzeigen zu können und damit die Gefahren, die sich dahinter zu verbergen, deutlich zu machen. Wir hoffen mit dieser weitere Schritte, der sowohl uns als auch anderen zeigt, wie wichtig unsere Arbeit und unser Engagement sind und dass es sich lohnt weiter zu kämpfen. Für eine Gesellschaft ohne Ergazismus, eine Gesellschaft mit Courage. Danke schön.